hallo und herzlich willkommen zu einer runde steelotion ich habe mir gedacht ich mache jetzt diesen monat steelotion fangen wir gleich mal hier mit den spy an gehen wir gleich ins gefecht rein ach was steht denn da wo so eigentlich wollte ich erst gerade eine runde Polypod spielen weil da gab es jetzt was neues von wem man hat unendlich unendlich geld für die runde da habe ich schnell die brücke gebaut die uns noch fehlte mit den drei lkws für unendlich geld hat mich gefreut dass ich es geschafft habe und danach musste die brücke noch mal bauen allerdings in dem budgetrahmen na super da habe ich mir gedacht ne das dauert noch schon lange das schaffe ich jetzt nicht deswegen habe ich mir gedacht ok ich mache hier mal weiter bei steelotion spiele hier schnell eine runde und und will dann das schnell ist wahrscheinlich auch ach wollte gerade sagen schnell ist wahrscheinlich auch nicht schnell aber jetzt geht es endlich los endlich ich da hat noch einer eine ahnung wie es geht B.A.S.D. war bestimmt einen Pfaden können wir auch schon auf jeden kriegen Bewehrwacht Frau schon genau so dann suchen wir mal wo der ersten so 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 Eins, zwei, drei. Ja, zwei, drei. Inbound Torpedo! Watch out! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Oh, die fahren vorbei. Torpedo incoming! Evasive maneuvers! Torpedo incoming! Oh no! Look out! Torpedo! Torpedo incoming! Evasive maneuver! Oh my god. Oh no! Ah! Entry she loves us. Ich hab doch hier zu weit weg geschießen oder nur was ich weiß. Ich hab doch hier zu weit weg geschießen oder nur was ich weiß. Wie ist das denn? Das war die Schifftaste mit der STRB. Da kann es ja morgen richtig wieder losgehen hier. Stela Ocean. Da oben ist er. Da oben ist er. Da oben ist er. Ach gewonnen. Haben sie ihn umgehauen. So. Das war eine schnelle Runde Stela Ocean. Ich hoffe euch hat sie gefallen. Dann werden wir mal schauen was wir morgen spielen. Für alle Deutschen. Japaner. Orkana. Oder Brite. Was gibt es eigentlich hier? So. So. Gleich. Wir können mal durchschnitten. Oder direkt schon. Gibt es vielleicht neue. Ja sicher. Und die Franzosen. Gut. Dann hast du hier also nichts gehört. Warte. Ach doch. Der dritte ist ja. Ich hatte überall so weit gespielt. Dass ich schon mit den zweiten spielen kann. Aber. Der Brite ist neu. Hier wollte ich die beim weiterspielen. Hier wollte ich die beim weiterspielen. Äh. Amerikapas. Der. Hier. Und. Ich weiß nicht welcher von denen hier wollte ich noch spielen. Ich kann mal nachschauen. Das ist der Jäger. Und der Zweier. Hier wollte ich U-Boot spielen. Und den hier. Das wird später im Dreier. Ach. Da muss hier die Dingens. Die Vierer. Das ist Vieräckchen. Das ist auch immer wahr. Okay. Flucht. Flucht. Krächer. Na. Und hier will ich dann. Den mir klacken. Ja. Null. Und dann will ich sagen. Spiel ich mal. Erstmal den. Fritten. So. Recht herzlichen Dank. Zu. Recht herzlichen Dank. Für. Zu. So. Schauen. Ich würde mich freuen wenn ihr beim nächsten Video dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß. Und auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.